Ich bin Stadträtin in Vötz. Ich bin aktiv im Frauenforum und in der Gleichstellungskommission. Und mir ist es einfach wichtig, das Thema Fußball auch für Frauen interessant und vor allem auch transparent zu machen. Und so ein Gebäude, so eine Anlage wie das Stadion auch mal aus Frauensicht zu betrachten und hier nähere Informationen zu bekommen, was hier so passiert. Und das war jetzt hier informativ für Sie? Es war ungeheuer informativ. Wir wissen, wie die Plätze vergeben werden. Wir wissen, welche Zuschauer hier kommen, wie sich die Fans hier präsentieren, wie das mit dem Gästeblock ist. Also lauter Dinge, die für einen Außenstehenden sonst so einfach gar nicht ersichtlich sind und für uns Frauen ja schon mal gar nicht, wenn wir uns nicht näher mit Fußball befassen.